Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auch von meinem Kanal. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr mich ein wenig unterstützen möchtet, lasst mir gerne ein Abonnement da. Liked dieses Video, wenn ihr Fragen oder so habt, schreibt mir gerne einen Kommentar und guckt dieses Video bitte auf jeden Fall bis zum Ende, das hilft dem Algorithmus sehr. Willkommen gemeinsam zum Elliot Wellen Basic Tutorial. Wir starten ganz von vornherein und Leute, guckt euch diese Videoreihe wirklich an und prägt sie euch ein. Nein, prügelt es euch in den Kopf bis zum geht nicht mehr. Auch wenn ihr glaubt, was der da labert, ist Schwachsinn. Nein, prügelt es euch in den Kopf. Denn im Trading, Trading ist ein brutal hartes psychologisches Spiel, wenn man sich das einmal so vorstellt. Wenn man seinen Emotionen erliegt, geht man unter im Trading, man macht Fehler, man macht Fehlentscheidungen und verliert sein Geld an der Börse und man wird unglücklich dadurch. Dann versucht man aus Frust mehr zu traden, schneller zu traden. Ich muss meine Verluste reinholen, macht noch mehr Fehler und verliert am letzten Endes alles. Und das ist nicht gut. Deswegen guckt euch das wirklich an und geht danach, was der Chart euch sagt. Analysiert den Chart nach Elliot Wellen und wenn der Chart euch sagt Long, dann Long und nicht Short. Egal was alle anderen sagen, egal was für ein Merch rauskommt, egal was für eine News sind. Nein, der Chart sagt euch, was passiert. So, denn ich bekomme das immer wieder mit. So, ich spreche es aus meiner Sicht denke ich schon oft an und ich rede mir echt im Mund fusselig. Kommen wir auch mal so ein bisschen an den Punkt, so jetzt kann ich manchmal eher so ein bisschen verstehen. Ohne das Böse zu meinen. Ich mache das gerne für euch Leute, euch das beibringen, zeigen, erklären. Ich bin auch noch nicht perfekt im Traden. Das soll alles ein schönes Miteinander sein. Auf jeden Fall, wir haben in der Elliot Wellen Theorie immer ein 5 zu 3 Zyklus im Grundmuster. Immer. Und Elliot Wellen sind ein in sich selbst wiederholendes Muster. Das heißt, die Wellen wiederholen sich in sich selbst wieder. Logisch, ne? Vorab, Impulse sehen immer 5-fällig aus. Ein Impuls ist immer 5-fällig, beziehungsweise eine Motivwelle. Motivwellen und Impulswellen sind dasselbe. So. 5-fällig haben wir hier jetzt auch schon eingezeichnet. Ich zeichne auch direkt die Linie für euch ein. So. Das ist ein 5-fällig. Der Impuls gibt immer die Richtung an, wohin der Trend geht. So, ein Impuls geht immer mit dem Trend. Mein Impuls besteht immer aus 5 Wellen oder aus einer geraden Bewegung nach oben, wie beim Bitcoin-Kurs, der nach unten jetzt die letzten Tage einmal massiv abverkauft hat. Welle 1, also wenn wir uns das Ganze übergeordnet einmal ansehen. Welle 1 hier ist ein Impuls. Weil wir mit dem Trend nach oben hoch marschieren. Sehen wir ja. Welle 3 geht mit dem Trend und Welle 5 geht mit dem Trend. Welle 2 und Welle 4 laufen gegen den Trend. Gegen den Trend laufende Bewegungen sind dreiteilig. A, B, C Korrekturen. Daher auch das 5 zu 3 Muster. Und wenn wir den ersten Impuls durch haben, die erste 5-fällige Bewegung, folgt eine Korrektur. In einer dreiteiligen Bewegung. Korrektiv. Dreiteiler. A, B, C. So. Die Welle 1 setzt sich zusammen aus einer Masse motivierter Anleger. Anleger, die positiv gestimmt sind für das vorliegende Asset, die davon überzeugt sind, die sagen, ja man, ich gehe da jetzt schon rein, ich möchte das Ding mitnehmen. Oder halt sehr positiv gestimmte Trader, die den Markt sehr gut einschätzen oder auch beeinflussen können. So. Wir haben gerade eben gelernt, Impulswellen gehen mit dem Trend. Jetzt stelle ich euch einmal die Frage und drücke das Video gerne auf Stop an der Stelle. Hier sehen wir jetzt insgesamt 8 Wellen. Hier sehen wir 5 Wellen. Hier sehen wir 3 Wellen. Welche Wellen davon sind Impulswellen bzw. welche Wellen gehen mit dem Trend? Welle 1 geht mit dem Trend. Welle 3 geht mit dem Trend, da wir ja hier im Aufwärtstrend sind. Welle 5 geht mit dem Trend, weil wir in einem Aufwärtstrend sind. Nach der 5 Wellen Bewegung folgt eine Korrektur. Also Welle A folgt dem Trend, Welle A ist ein Impuls. Welle C geht mit dem Trend, ist ein Impuls. Welle B läuft gegen den Trend, ist eine Korrektur. Welle 4 läuft gegen den Trend, ist eine Korrektur. Welle 2 läuft gegen den Trend, ist eine Korrektur. Jetzt gehen wir hier noch einmal zurück und machen das alles hier einmal raus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehen die Wellen untereinander aus? Welle 1 ist dann quasi so ein 1, 2, 3, 4, 5 Welle. Geht alle mit dem Trend. Wupp, außer Welle 2 und 4 natürlich. Mit dem Trend hier hoch. Im Anschluss in der übergeordneten Welle 2 gehen wir in einem A, B, C runter. Das A, B, C kann so aussehen. Das A, B, C kann so aussehen. So ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen überspitzt dargestellt. Oder das A, B, C kann so aussehen. Quasi. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die gehen wir nach und nach auch noch durch. Kümmern wir uns aber drum, wenn es so weit ist. Eins nach dem anderen. Das ist das Grundmuster der Impulse. Jetzt kommen wir natürlich erstmal zur Frage, wie bestimmen wir an der Stelle unsere Ein- und Ausstiege. Das erste, die Welle 1, die können wir nicht bestimmen. Wir sehen dann hier den 1, 2, 3, 4, 5. Diese fünfwellige Bewegung. Und wenn wir diese erste fünfwellige Bewegung gefunden haben, fängt es an für uns interessant zu werden. Dann nehmen wir uns unser Fibonacci Retracement Level. Ziehen unser Ziel-Target für Welle 2, Welle B. Das ist das 0,618er und 0,65er Fibonacci Level, das 0,786er und das 0,887er Fibonacci Retracement Level. Ihr könnt das Video hier an der Stelle gerne stoppen und euch die Level selber auch gerne einstellen. Das ist der Bereich für unsere Einstiege. Hier oben steigen wir das erste Mal ein, in der Mitte das zweite Mal und unten das dritte Mal. Somit platzieren wir unsere Einstiege. Wie bestimmen wir denn jetzt den Bereich, wo es denn hingehen soll? Welle 3 bestimmen wir mit dem Fibonacci Extension Tool. Ihr seht es, ich habe es hier jetzt auch idealerweise einmal getroffen. Drückt das Video auf Stopp, kopiert euch die Level hier raus. 1,618er, 1,809er und das 2er Level für Welle 3. 2, das ist nur der Zielbereich. Wir ziehen vom Tief der Welle 1 zum Top der Welle 1 zum Tief der Welle 2 das Extension Level. Hier oben würden wir Profite nehmen. Bup, Zielbereich bestimmt. Es kann auch mal so sein, dass die Welle hier drüber schießt oder ein bisschen kürzer wird. Klare Sache. Wichtig ist nur, Welle 4 unterschreitet niemals den Bereich der Welle 1. Niemals, 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 niemals. Das müsst ihr euch erstmal in den Kopf rein prügeln. Das ist enorm wichtig. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber niemals unterschreitet Welle 4 Welle 1. Nein. Genauso wenig wie Welle 2 unter Welle 1 landet. Das geht auch nicht. Es gibt einige Regeln bei den Elliott Wellen und zwar die Regel, Welle 2 darf niemals den Tiefpunkt von Welle 1 unterschreiten. Das ist eine feste Regel. An der gibt es nichts zu rütteln. Kommen wir hier runter, unter dem Startpunkt hier ist es keine Welle 2 mehr. Dann stoppen wir unseren Trade aus. Dann gehen wir raus, um unseren Verlust zu begrenzen. Dann gibt es die Regel, Welle 4 darf niemals den Bereich der Welle 1 kreuzen. Das ist eine beugsame Regel für Ausnahmen. Kommen wir später irgendwann darauf zu sprechen. Nicht jetzt, das interessiert euch noch nicht. Eins nach dem anderen. Dann, an dieser, daran ist auch nichts zu rütteln. Welle 3 ist grundsätzlich länger als Welle 1, beziehungsweise schießt über die Welle 1 hinaus. Während Welle 5 nicht unbedingt über die Welle 3 hinausschießen muss. Welle 5 kann hier enden, Welle 5 kann hier enden, Welle 5 kann hier enden, Welle 5 kann aber auch da enden. So, aber Welle 3 darf nicht da enden, Welle 4 da und Welle 5 dann hier hoch. Das geht nicht, das darf nicht sein. Welle 3 ist immer über Welle 1. Definitiv. Im Schnitt korrigiert Welle 4 dann zurück bis zum 0,382 Retracement Level. Kopiert euch das auch raus jetzt gleich. Nicht Welle 2, Welle B, Welle 4. Da braucht ihr das 0,236 Level, das 0,382 Level und das 0,5 Level. Ja gut, ich habe hier jetzt nicht ideal getroffen. Und dann haben wir hier die Welle 5 hoch als fünften Impuls. Und den bestimmen wir einfach auch mit dem Extension Tool vom Tief der Welle 1 zum Top Welle 1 zum Tief Welle 2. Dann gehen wir hier auf Einstellungen, wählen das Tool für die Welle 5 aus und dann braucht ihr das 2,618er, 2,718er, das 3er, das 3,236er, das 4,326er. Eigentlich sogar noch ein paar mehr Level, aber die reichen eigentlich. Das ist eher immer so der Idealbereich, wo die Welle 5 endet. Dann gibt es noch eine Alternativmethode zu bestimmen, wo die Welle 5 endet. Und zwar ziehen wir das Inverse Retracement Level vom Top der Welle 3 zum Tiefpunkt der Welle 4 und stellen Welle 5 ein. Dafür brauchen wir dann das 1,236er, das 1,272, das 1,382 und das 1,618er Level. Kopiert euch das hier auch an der Stelle sehr gerne raus, übernehmt das und fertig. Und hier sehen wir jetzt dasselbe Spielchen nochmal, was wir hier quasi gesehen haben. Nur dass wir diesmal hier übergeordnet unseren 5 Welle haben. Also ziehen wir unser Retracement Level vom Tief zum Top der Welle 5, sagen Welle 2, Welle B. Und hier wäre unser neuer Einstiegsbereich gewesen. Und das ist die ganze Basic hinter den Elliott Wellen. Ich hoffe ich konnte euch einen wunderbaren Mehrwert bieten und ihr könnt daraus was mitnehmen. Guckt es euch bitte mehrmals an, es ist sehr sehr wichtig. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.